Oh Gott, ist das warm. Ja, stimmt schon, ist so ein richtiger Zuwami, oder? Ganz ohne Scheiß ist das selbst für mich zu blöd. Ey, ey, warte, wo gehst du hin? Ey! Dann muss ich das wohl heute machen. Also geht's los in 3, 2, 1... Was, habt ihr ernsthaft gedacht, das heutige Video wird von jemand anderem gemacht? Nie im Leben. Übrigens, schreibt mir gerne wieder Fragen für FragStepi und ich würd sagen... Es geht los mit dem Video. Ich heiße Sebastian. Ich bin 15,5 Jahre alt. Am 14.10. werde ich 16. Ich bin 1,73 groß. Ich war endlich im Stimmbruch. Ich habe eine große Schwester. Ich habe eine Mutter. Ich habe einen Vater. Ich habe Großeltern. Ich mach immer richtig schlechte Witze. Vor allem in Videos. Ich hab keine Freunde. Ich hab auch keine Freundin. Mein letzter Kurzfilm gehörte zu den 50 Besten in ganz Deutschland. Dieser Kanal existiert seit dem 23.08.2014. Somit wird er in ein paar Tagen ganze 4 Jahre alt. Ich gehe in die 10. Klasse einer Realschule. Ich bin überdurchschnittlich intelligent. Ich lüge in Videos sehr oft. Es kam noch nie vor, dass ich mich irgendwann mal wiederholt habe. Es kam noch nie vor, dass ich mich irgendwann mal wiederholt habe. Ich mach immer noch die schlechtesten Witze. Ich kann mich teleportieren. Tada. Ich habe einen Zwilling. Ei. Ich lüge nie. Das stimmt. Ich hab keinen Plan, wie ich diese Aufnahmewand richtig einrichten soll. Deswegen, falls ihr Ideen habt, runter in die Kommentare. Ich bin unkreativ und habe nie Ideen. Ich bin lustig. Ja, das stimmt. Geil, mein High Five. Ich bin unkreativ und habe keine Freunde. Halt deine Fresse. Okay. Während ich jetzt weinen gehe, solltet ihr meinen scheiß Kanal abonnieren. Und bleibt wieder bis zu Edka dran. Ciao. Man hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können um zum Staubsaugen.